After at the mall, cause your mama forgot, I know it hurts so bad. So ihr Lieben, ein Tag im Leben eines Millionärs, das gucken wir uns jetzt mal an. Wie wäre das? Gut, ne? Also, ganz konkret nämlich, ein Tag im Leben eines jugendlichen Aktienmillionärs. Weil es gibt ja immer so viele, ja, so Mythen, die sich drum ranken, wie leben eigentlich Millionäre in Saus und Braus, nur Champagner, Saint-Tropez und Ibiza. Ja, und da habe ich mir gedacht, wir greifen uns mal ein Video hier raus, ganz interessant, von einem jungen Aktienmillionär, der gute Mann heißt Ricky Gutierrez. Das gucken wir uns jetzt mal an und sehen mal, wie der lebt. Und was ich so dazu sage, ob ich bestätigen kann, dass das so ist, oder ob ich sage, Alter, du hast den Schuss nicht gehört, oder? Legen wir mal los. Schon jetzt Millionär. Doch im Vergleich zu anderen jungen, reichen Leuten hat er weder ein großes Unternehmen aufgebaut, noch hat er ein großes Vermögen geerbt. Sein Reichtum entstand nur dadurch, dass sich Gutierrez schon seit Jahren vor seinen Computer setzt und online mit Aktien handelt. Wie er selbst sagt, wurde er durch das sogenannte Daytrading zum Millionär. Er wurde durch Daytrading zum Millionär. Ein Leben, das absolut kurios ist. Lambo darf nicht fehlen. Hier, Lambo-Models, Yacht und auch nackter Oberkörper. Ganz wichtig, gucken wir mal. Heute wollen wir euch den außergewöhnlichen Alltag von Ricky Guterres vorstellen und präsentieren, wie ein junger Online-Millionär so seine Zeit verbringt. Es erwarten euch clevere Arbeitsmethoden, unglaublicher Luxus und beeindruckende Sportwagen. Ebenfalls werden wir euch zeigen, wie Ricky Guterres sein ganzes Geld eigentlich verdient, erklären, was Daytrading genau ist und auch einen kritischen Blick auf seinen Börsenerfolg werfen. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Fangen wir direkt an mit einem typischen Morgen im Leben von Ricky Guterres. Auf jeden Fall scheint schon mal morgens für die Sonne bei ihm. Das folgt nicht für ihn. Dieser beginnt für gewöhnlich hier, in diesem knapp 270 Quadratmeter großen Einfamilienhaus in Gilbert, einer Kleinstadt im Wüstenstaat Arizona. Um kurz vor 6 Uhr morgens steht Guterres dort auf und greift zuerst zu seinem Handy. Während die meisten nun ihre Nachrichten oder Mails checken würden, wirft der 25-Jähriger als erstes einen Blick auf seine Finanzen. Finde ich cool, was wir sehen, ist, er steht früh auf. Wenn wir mit dem Ganzen nicht glauben können, aber meistens ist es wirklich so, auch so die allermeisten Erfolgreichen, die ich kenne, stehen tatsächlich früh auf. Da sind die wenigsten bei, die irgendwie so erstmal den Tag reinharzen, sondern da ist schon eher Struktur drin. Früh aufstehen. Was ich euch empfehlen kann, ist morgens früh, das habe ich früher auch mal gemacht, riesen Fehler, stehst auf, nimmst dir direkt dein Handy. Okay, jetzt argumentieren die das mit, er muss halt erstmal Kurse checken und so. Aber dann würde ich an seiner Stelle lieber früher aufstehen, um Zeit zu haben, nicht aufs Handy gucken zu müssen. Das ist nämlich mein Tipp, guck nicht morgens früh aufs Handy. Bei mir ist es so, ich stehe morgens früh auf, 5.35 Uhr klinge ich meinen Wecker und dann stehe ich auf, putze mir die Zähne, ziehe mir die Sportsachen an, gehe ins Gym und erst im Gym beim Training gucke ich das allererste Mal auf mein Handy und gucke vielleicht, was habe ich für Nachrichten gekriegt und so. Aber nicht so als erster, als erste Handlung am Tag, das ist nicht gut. Beziehungsweise beginnt er schon direkt nach dem Aufstehen damit, am Handy erste Positionen zu kaufen und schnell wieder zu verkaufen. Manchmal verdient er dann auf einen Schlag mehrere hundert Dollar. Häufiger kommt es aber auch zu ähnlich großen Verlusten. Nachdem er die neuesten Kurse überprüft hat, geht Guterres anschließend ins Bad und macht sich fertig für den Tag. Selbst beim Zähneputzen lässt er seine Kurse übrigens nicht aus den Augen. Danach geht Ricky Guterres dann zur Arbeit, doch dafür muss er nicht mal sein Haus verlassen. Sein Arbeitsplatz befindet sich nämlich direkt unter seinem Schlafzimmer. Dort hat er ein eigenes Bürozimmer, in dem Guterres sich dann gegen kurz nach 7 vor seinen Computermonitor setzt. Pünktlich um 7.30 Uhr beginnt dann die Arbeit des jungen Millionärs. Denn um Punkt 7.30 Uhr am Morgen startet die größte amerikanische Börse, und zwar die New York Stock Exchange. Genau, wenn 7.30 Uhr da Trade losgeht, dann muss er natürlich im Start sein. Wo dann der Handel mit Aktien eröffnet wird. Ricky Guterres beginnt nun sofort damit, die Kurse vieler verschiedener Unternehmen oder Rohstoffe live mitzuverfolgen. Und sobald er eine Verdienstmöglichkeit sieht, fängt er an zu investieren. Das sieht dann ungefähr so aus. So, right now, Natural Gas just had a very aggressive sell-off, shooting D-Gas up, testing the resistance, just about to break above 2.7.2. Smarter Typ, so, ne, ich finde der wirkt smart, du siehst es schon in seinem Gesicht, helle Augen, also klare Augen, klarer Ausdruck, man hat mit Sicherheit was in der Birne. Und jetzt, guck mal, er hat hier vor sich so eine, ich weiß nicht wie es heißt, diese runde, so eine runde Lampe, die ist ja eigentlich für Videodreh da. Ja, ähm, dann hat er noch ein Mikrofon am Schreibtisch stehen, gucken wir uns damit aufschauen. So, just broke above 500 dollars, time to lock in those profits, here it goes. Nach nur anderthalb Stunden hört der 25-Jährige bereits mit seiner Arbeit auf und hat manchmal bereits schon über 1000 Dollar verdient. Doch was passiert da eigentlich? Seine Aufgabe ist es also, Wertanlagen zu finden, bei denen er den Tagesverlauf gut voraussehen kann. Dafür analysiert er generelle Trends und Bewegungen und versucht daraus, Muster für die zukünftige Entwicklung abzuleiten. Manchmal gelingt das. Ja, also erstmal so grundsätzlich, was halte ich so von Daytrading? Hat seine Daseinsberechtigung, ich finde, das hat recht wenig mit Unternehmertum zu tun. Dafür muss man sehr, sehr schlau sein. Ich habe auch einige Investmentbanker bei mir im Bekannten- und Freundeskreis. Sehr schlaue Leute. Ich könnte das nicht, mir wäre das auch ein bisschen zu stupide. Kann man mit Sicherheit eine Menge Kohle mitmachen, ist aber kein Unternehmertum, wie ich finde. Weil du schaffst kein Asset. Also würde ich nur darauf meinen Wohlstand aufbauen? Nee, würde ich nicht. Ich würde immer gucken, links und rechts, wo kann ich noch Einkommensquellen generieren, Bettschaffungsquellen aufmachen. Aber das erstmal so als Zwischenfazit. Gucken wir uns mal an, wie er denn so lebt. Weil gleich muss doch immer hier fancy bling bling kommen und sowas, oder? Ist gut, so verdient er nicht selten sogar mehr als 1000 Euro am Tag. Gelegentlich kommt es allerdings auch zu großen Verlusten. Doch nicht nur mit dem Handeln von Aktien verdient der 25-Jährige Geld. Auch durch sein Marketingprogramm konnte Ricky Guterres inzwischen zu einem Vermögen von über einer Million Dollar gelangen. Denn Guterres bietet nicht nur bezahlte Videokurse an. Er streamt seine täglichen Börsenkäufe auch live für seine YouTube. Das ist aber cool, oder? Das heißt also, er ist im Kern-Trader, verdient damit Kohle, aber hat dann erkannt, wir leben im Wissenszeitalter, Informationszeitalter, da verdienen die Menschen Geld, die Informationen haben. Wertvolle Informationen, ich spreche immer von Value, schaffe für deine Zielgruppe einen Wert. Und dann ist die Zielgruppe auch bereit, für diesen Wert etwas zu zahlen. Und das macht er. Das heißt, er bietet dir auch noch offenbar, wie er gerade hier sagt, so Live-Einblick in seine Trading-Geheimnisse oder in seine Prinzipien und verkauft das als Wissenskurse. Finde ich cool. Völlig legitim. Gucken wir mal, ob da noch ein bisschen mehr zu kommt. Zuschauer, um 9 Uhr morgens macht er dann in der Regel vorerst Schluss mit dem Day-Trading, da die Arbeit sehr viel Konzentration erfordert. Für Guterres geht es dann in seiner nicht ganz unspektakuläre Garage. Dort beherbergt der 25-jährige Amerikaner Now we're talking. Kraftfahrzeuge, Freunde, was sehe ich? McLaren, GT3, Porsche. Hanna neben einem Lamborghini Aventador und einem Porsche 911 auch noch ein McLaren 720S. Freunde, wie ihr wisst, ich liebe Autos, nur folgende Regel. Autos sind in der Regel Verbindlichkeit, keine Vermögenswerte. Es sei denn, du kommst dir irgendwelche spektakulären, ganz seltenen Oldtimer. Spekulationen können steigen oder auch nicht. Ich hatte da schon manches Mal Glück. Aber wenn du hier so ein McLaren oder sowas, das ist in der Regel eine Verbindlichkeit. Das muss man einfach dazu wissen. Viele machen den Fehler, sich das zu früh zu holen. Das habe ich früher mal gemacht. Dadurch bin ich in die Pleite auch gekommen. Ja, bin gespannt, ob wir noch von ihm so ein bisschen lernen, wie er mit Geld umgeht. Genau diesen McLaren nutzt er für seinen nächsten Tagespunkt. Und zwar für die Fahrt ins örtliche Fitnessstudio. Da Guterres' Job als Daytrader kaum Bewegung erfordert, will der junge Amerikaner mit regelmäßigem Kraftsport einen täglichen Ausgleich schaffen. Der Sport hilft ihm allerdings nicht nur körperlich. Wie er selbst sagt, ist es vor allem mental eine große Hilfe, da man sich nach einem intensiven Workout wieder gut konzentrieren kann. Super, Achtung, auch hier wieder parallel zu ganz, ganz vielen erfolgreichen Menschen. Sport gehört dazu und es ist nicht nur körperlich, sondern vor allem mental. Ich finde, da kann man schon immer was mitnehmen und daraus lernen. Wie wichtig diese Konzentration ist, zeigt sich bereits bei seinem nächsten Tagespunkt. Denn sobald er wieder im McLaren sitzt, guckt er auf sein Handy und verfolgt dort die neuesten Börsenkurse. Selbst unterwegs setzt er teilweise Geld ein, um zu traden. Doch neben seinem Job als Daytrader und YouTuber hat der Amerikaner auch noch eine ganz andere Tätigkeit. Diese hat vor allem mit seinen Autos zu tun. Ricky Guterres erkannte nämlich bereits vor einigen Jahren eine Marktlücke. Ihm fiel auf, dass viele, eigentlich wertvolle Sportwagen bei Autohändlern in Arizona teilweise günstiger angeboten werden als im Rest des Landes. So fing er an, immer mehr Sportwagen selber zu kaufen und dann im Internet teurer weiter zu verkaufen. Cool. Also, was habe ich vorhin gesagt? Ich habe vorhin gesagt, würde ich nur auf Daytrading setzen? Nee, ich würde noch weiteren Einkommensquellen gucken. Scheinbar hat er die hier. Und auch da wieder smart. Finde ich echt cool gemacht. Er lebt in Arizona, haben wir vorhin gehört. Und er hat festgestellt, irgendwie in Arizona werden die Fahrzeuge, warum auch immer, aber oft günstiger angeboten als im Rest, wahrscheinlich von Amerika, USA. Also, kauft er die und verkauft sie dann online über das Internet, weil da kennt er sich aus, weiter und hat da eine kleine Marge. Schlau. Also, ganz ehrlich, da ist doch dann auch wieder der Blick auf, okay, wo gibt es noch weitere Business Opportunities? Ist gut. Ist gut. Also, würde ich das machen, wenn ich ein richtiges Unternehmen hätte? Nee, würde ich nie machen, weil da ist Fokus ganz ausschlaggebend. Aber wenn du sowas hast wie Daytrading, was, klar, hat er auch gesagt, super anstrengend ist, kannst du nicht den ganzen Tag machen, sondern immer nur so Stundenblöcken. Mittag holt sich Guterres dann, wie viele andere Amerikaner, sein Essen unterwegs. Obwohl er zu Hause eigentlich eine riesige Küche hat, fährt er meistens einfach mit seinem Sportwagen zum örtlichen McDrive und bestellt dort Fastfood gegen. Das ist ja schön Sport machen und dann hinterher Fastfood oder was. Elf Uhr mittags ist er dann wieder zu Hause, wo er sich nach dem Essen erst einmal für mehrere Stunden erholt. Den Nachmittag verbringt der junge Millionär dann damit, seinen YouTube-Abonnenten noch einmal die genauen Investments zu präsentieren, die er am Vormittag getätigt hat. Ich finde das dritte Geschäft, ne. Das erste ist Daytrading selber. Das zweite ist, ich zeige anderen, wie ich trade. Also, irgendwie so eine Art Coaching-Geschäft, finde ich cool. Und das dritte ist das mit den Autos. Gut. Und wie viel Geld er damit verdiente. Manchmal, so sagt er, sind es zwischen 500 und 10.000 Dollar. Ab und zu gibt es auch Tage mit... Die Frage ist halt, womit verdient er am meisten Geld, ne? Ist es wirklich das Trading oder ist es das Coaching-Geschäft oder das mit den Kraftfahrzeugen? Vielleicht kommt da gleich noch was. ...größeren Verlusten. Übrigens, auch wenn er die meiste Zeit am Tag alleine ist, so teilt er sich sein Haus mit zwei Mitbewohnern. Die Vermietung mehrerer Zimmer in seinem eigenen Haus hat für Ricky Gutierrez nicht nur einen finanziellen Hintergrund. Bei der Untermieter... Also, das fällt ein bisschen ja fest. Wenn wir jetzt mal über so Millionär-Lifestyle sprechen, dann sehen wir erst einmal einen ziemlich strukturierten jungen Kerl. Das finde ich gut. Scheint diszipliniert zu sein. Steht früh auf. Hat seine Routinen. Auch ein bisschen getriggert und getrieben durch eben die... Okay, 37 macht die Börse auf und so weiter. Also vorgegebene Timeslots. ...aber macht Sport. Und wenn wir uns jetzt mal so... Okay, wo ist der Millionär hier? Wo ist der Millionärs-Spaß? Dann auf jeden Fall Autos. Kann man schon mal sagen. Was war das jetzt? Ein McLaren, ein GT3-S und ein Lamborghini Aventador. Das ist schon ein Lamborghini Aventador, sagen wir mal 400.000 Dollar. GT3-S 250.000 Dollar. Schon bei 650.000 und dann McLaren. Ich weiß nicht, was für einer. Wahrscheinlich auch nochmal so 300.000 oder so 750.000 bis 800.000 Dollar Autos. Das ist schon nicht verkehrt, muss man sagen. Wie alt ist der? Paar 20? Kann man mal machen. ...und nämlich auch gute Freunde des 25-Jährigen. Den Nachmittag und insbesondere den Abend verbringt er daher oft mit ihnen. In Interviews über seinen Alltag erklärte der Multimillionär auch schon häufiger, dass er zwar großen Luxus genießt, aber sein Leben und das viele Geld ihn nicht automatisch glücklich machen. Seinen ungewöhnlichen Lifestyle beschrieb er selber sogar schon als eher langweilig. Offenbar auch keinen ganz kleinen YouTube-Kanal, der Gute. Hier dieses Video um den 905.000 Aufrufe. Ähm... Ehrlich. Doch auch wenn ein typischer Tag von ihm bis auf Sport... Ich sag ja immer, wenn Lambo, dann dezente Farbe. ...fach hellblau, ja. ...fragen und hohe Gewinne eigentlich wirklich nicht allzu besonders ist, so sind vor allem Gutierres Freizeitaktivitäten mehr als außergewöhnlich. Da er im Jahr laut eigener Aussage um die 6 Millionen Dollar verdient, leistet er sich auch immer wieder spektakuläre Reisen, auf denen er dann nicht nur seine Freundin, sondern seine gesamte Familie und auch noch Freunde mitnimmt und sämtliche Kosten übernimmt. So flog er schon nach Hawaii, machte einen Luxustrip durch ganz Europa und verbringt nicht selten auch mal seine Freizeit auf einer Yacht in Miami. Das ist übrigens was, das resoniert. Also das kann ich schon genau so sehen. Das machen auch viele, die ich kenne, denen es ein bisschen besser geht. Reisen sowieso, aber dann auch Freunde und Familie mitnehmen. Das mache ich auch wirklich viel. Ich rede da nicht so viel drüber in der Öffentlichkeit, aber ja, das macht mir eine Riesenfreude. Weißt du, so andere dann teilnehmen zu lassen und einfach schöne Momente zu kreieren, weil am Ende ist es das, was wir mitnehmen. Steve Jobs sagt, wir kommen ohne nichts, wir gehen mit nichts und dazwischen, das ist das, was zählt. Und das ist auch so, Reisen und Zeit verbringen mit anderen Leuten, das ist, finde ich, das Schönste. Es ist einfach das Schönste, was du machen kannst, wenn es dir ein bisschen besser geht. Und ja, wir hatten jetzt im Sommer beispielsweise erst einen Monat ein Haus auf Sardinien, direkt mit eigenem Strand und logischerweise auch mehr Zugang. Und da hatten wir auch Freunde da und Familie und das war einfach schön, weißt du, das ist was ganz Tolles. Und danach waren wir noch zwei Wochen in Österreich. Das ist halt das Schönste, weißt du. Das scheint er verstanden zu haben. Luxus gönnt, versucht er trotzdem sparsam zu leben. Wenn er beispielsweise in einem Fastfood-Restaurant ist, bestellt er sich kein Getränk dazu, sondern nimmt nur das kostenlose Wasser. Super, ey, das ist aber was, das erlebe ich auch ganz, ganz oft, ne? So, haben kommt von halten. Ganz wichtiger Satz, könnt ihr euch aufschreiben. Haben kommt von halten. Das heißt also, so ganz viele Lottomillionäre werden ja wieder pleite. Der größte Teil von Lottomillionären ist nach relativ kurzer Zeit wieder pleite, weil die Leute halt nie verstanden haben, wie man mit Geld umgeht. Die kommen aus dem Nix zu viel Geld und haben auch nie gelernt, wie geht man damit um und verprassen es dann. Aber viele wohlhabende Leute, die ich kenne, sind halt auch an manchen Stellen sehr spendabel, aber an vielen Stellen auch total streng und geizig. Und bei mir ist das zum Beispiel, ich beobachte mich da selber, das ist manchmal für mich selber so ganz überraschend. Und in manchen Dingen gucke ich überhaupt nicht drauf. Also ich gucke überhaupt nicht drauf. Aber in manchen Bereichen wieder bin ich dann so geizig, was ich sage, nee, das kann ich das jetzt machen. Ich kann mich doch nicht für sieben Euro jetzt, das bin ich bescheuert. Und das Beispiel hier gerade, dieses, nee, nee, er bestellt, wenn, dann essen, ohne was zu trinken, weil du, ah, kriegst du Wasser halt immer gratis dazu. Das machen wir tatsächlich auch öfter. Also das ist, finde ich gut. Auch bei seinen Reisen sucht er immer nach besonders günstigen Angeboten, da er nicht verschwenderisch sein will. Und selbst seine Sportwagen besitzt er immer nur für kurze Zeit, bis er sie dann an interessierte Kunden weiterverkauft. Bevor wir unser Video nun beenden, wollen wir noch einmal einen kritischen Blick auf Ricky Guterres Börsenerfolg werfen. Denn Daytrading birgt eigentlich enorme Risiken, da man große Beträge handelt, die oft nur geliehen sind. Guterres Jahreseinkommen von unglaublichen 6 Millionen Dollar entstehen nicht nur durch seine Börsenerfolge, auch wenn er das viele seiner Anhänger glauben lassen will. Ganz im Gegenteil, er verdient hauptsächlich dadurch Geld, dass er sich in den sozialen Netzwerken als Wirtschaftsguru präsentiert und seinen Followern verspricht, dass sie es auf einfachem Weg zu viel Geld schaffen können. Ja, das kann man natürlich jetzt auch wieder kritisch sehen, so dieses, ich bin reich geworden, weil ich anderen zeige, wie man reich wird. Ja, also das weiß ich jetzt einfach nicht. Ich finde es prinzipiell erstmal cool, wenn man Know-how in einem gewissen Bereich hat, daraus dann auch ein Wissensgeschäft zu machen und anderen dieses Wissen auch gegen Geld sozusagen anzubieten. Das ist nichts gegen zu sagen, sondern das ist super, das ist der Zeitgeist und das ist auch absolut berechtigt. Aber es muss halt echt sein. Und wenn er sagt, ich bin Millionär durch Trading geworden und eigentlich ist das mit was anderem geworden, Ja, gut, das kann ich jetzt nicht, kann ich einfach nicht beurteilen. Ich stehe halt nicht so sehr auf Trockenschwimmer, weißt du, so nenne ich die immer, die halt irgendwie einem beibringen wollen, wie man schwimmt, aber selber noch nie im Wasser waren. Das, ich meine, I don't know. Wurde also quasi reich damit, anderen zu versprechen, selber reich zu werden. Denn so kann er teure Videokurse verkaufen und von diesen Einnahmen einen überdurchschnittlich hohen Lebensstandard führen. Einige Personen gingen daher schon so weit und bezeichneten Ricky Guterres als eine Art Betrüger. Doch der Junge ist auch mal doof, der ist ja viel Feind, viel Ehr. Also muss man ihn dann direkt als Betrüger bezeichnen, finde ich nicht. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, 99 Prozent aller Kritik ist Neid. Amerikaner wehrte sich in Interviews schon häufiger gegen solche Vorwürfe. Obwohl richtige Daytrader, die jahrelange Erfahrung haben und professionell agieren, erklärten, dass es zwar möglich sei, ein stabiles Einkommen mit kurzfristigem Börsenhandel zu generieren, so hält es fast jeder für unrealistisch, mit Daytrading schnell reich zu werden und ein Leben im Luxus führen zu können. Denn letztendlich sind die Börsenkurse nicht vorhersehbar. Und selbst wenn man mal viel Geld gewinnt... Naja, also, was kann ich jetzt abschließend dazu sagen? Ich hätte mir ein bisschen mehr Einblicke jetzt, weil wir hier einen Tag im Leben eines jugendlichen Aktienmillionärs. Wie ist das Leben als Millionär eigentlich? Also, hier haben wir es mal wieder gezeigt gekriegt. Das ist vielschichtig. Finde ich eigentlich gut, wie er es macht. Weil er jetzt nicht so der hier Prinz... Wie heißt der? Prinz Markus von Sachsen-Anhalt oder keine Ahnung, wie heißt der Vogel? Der Puff-Millionär. Der ist ja nur auf, guck mal hier, mein SLR, meine 1-Million-Euro-Uhr und so. Und er ist wenigstens irgendwie noch so smart dabei und sagt, nee, nee, aber hier, wenn ich essen gehe, dann das Wasser, das nehme ich gratis mit. Und ich hole mir zwar schöne Autos, aber ich verkaufe die auch schnell wieder. Und ich habe nebenher hier noch ein Geschäft, ich habe da noch ein Geschäft, ich habe da noch ein Geschäft. Da sind viele smarte Sachen dabei. Ich habe letztens ein Video gemacht, was ich von so drei extrem reichen, guten Bekannten von mir slash Mentoren gelernt habe. Das könnt ihr euch mal reinziehen, wenn ihr wollt. Ja, das Klischee ist halt auch hier wieder so dieses, ja, direkt fette Autos holen. Ich sage immer, weißt du, wenn du das magst, dann mach das doch, ist das super. Aber mach es erst dann, wenn du es wirklich kannst. So, und weil es ist halt eine Verbindlichkeit und kein Vermögenswert. Da machen viele einen Fehler. Wie gesagt, ich habe den früher auch gemacht, aber das ist halt so. Manchmal gewinnst du, manchmal lernst du. Das muss man halt lernen. Aber ansonsten, was kann ich euch sagen, was können wir denn dort mitnehmen? So als Learnings, strukturierter Tag, diszipliniert, Open Business Opportunity Mindset, glaube ich, kann man auch daraus sehen. Zu gucken, okay, wo gibt es Chancen? Denke in Chancen. Aber das darf nicht das Thema Fokus konterkarieren, sondern Fokus ist bitte das, was vorherrscht. Wenn du ein Unternehmen hast, Fokus, 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 bist du Daytrader, ja, dann hast du wahrscheinlich nebenher ein bisschen andere Möglichkeiten noch. Ob man mit Daytrading reich werden kann, ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Daytrader. Ich werde es auch nie sein, sondern ich bin Unternehmer. Und ich mag es halt, ein Asset zu schaffen und auch was zu hinterlassen, weißt du. Und ja, aber dennoch, interessantes Video. Sparsam bleiben ist die Devise. Haben kommt von halten. Lieber Ricky Guterres, oder wie du heißt, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben. Ja, vielleicht konntet ihr was mitnehmen. Schauen wir mal, ja. Wenn ihr mehr Reactions haben wollt, sagt mir das mal gerne. Macht mir Vorschläge, was vielleicht noch spannende Themen wären. Und ja, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.